Dieser Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen weißen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 46.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe, ABS und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 82 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal. Koran